Hey, ich wollte mich nur mal kurz vorstellen. Ich wollte dir nur sagen, dass ich bereit bin, alles zu tun, um das hier zu einem richtigen Zuhause zu machen. Soll ich irgendwo mit anpacken? Brauchst du irgendwas? Nein, gerade nicht. Im Moment läuft alles recht gut. Okay. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Sicher. Du hast ja schon eine Gnade. Dann wäre es so blöd. Aber... Ich will ein paar Sachen mit ihr tauschen. Na klar. Aber... Kleidung. Ja, die Kekse sind nicht von mir, aber... Scheiße. Auslöschen. Was bist du denn hier? Soll mal stehen! Junge, 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 Bleib doch mal stehen. Kleidung. Ähm... Ich bin hier nichts. Mit Hause im Dienst. Lederlings. 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 Oh, H-Klammer. Dafür kriegst du von mir auf jeden Fall was Gutes. Und zwar... Das... Das... Und das... Was hältst du davon? Auslöschen. Auslöschen. Prozent zufrieden. Ich muss da auch so ein Ding reinmachen und dann mehr Siedler reinkommen. Vielzahl von Granaten. Ah, Baseballgranate. Wie geil. Wie geil ist das denn eine Baseballgranate? Was ist denn der? Ist wahrscheinlich am Pennen. Nee, da ist hinten. Alles gut. Ich muss bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Kann ich was für dich tun? Wie fühlst du dich? Ich bin froh, dass ich mich revanchieren kann, nachdem du mir so geholfen hast. Sonst noch was? Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Ganz wie du willst, General. General, läuft wackeln. Lass es mich wissen, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Nein, nichts. Kein Problem. Das Lichtsignal, den können wir auch hier aufstellen. Wenn ich Zeug habe. Habe ich das Zeug? Schrott. Jetzt mal alles raus hier. Hat der Roboter nicht noch Teile? Ja, wo ist denn der jetzt hin? Hallo? Aufgepasst! Brauchen Sie etwas, Sir? Ja, ich erschieß dich gleich. Warte mal! Und los! Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Da ist es. General. General. Das wäre kein Problem, ne? Aber. Ich habe Teil 2 nicht. Wofür brauche ich denn noch für mein Level? Ist nicht mehr viel. Ich glaube, ich ziehe dir erstmal so an. Was brauchst du, General? Ich muss erstmal rein und gucken. So, das ist jetzt was. Linkes. Linkes Bein. Linkes Bein. Lederrüstung. Rechtes Bein habe ich gemacht. Vier und acht. Alles besser natürlich. Metallhahnisch. 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 Best工 disputiert. Nachmitt би- Nichts���erm Und Luxus. Dann hat das alles mitmachen. Gerhent Strength Reiner. Once es ist. Das ist alles der. Das ist wirklich. Wir motoren! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann die Bittchen mal umbauen. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.